Der eine hat kein Mikro, der andere hat kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert. Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne? Sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können. Das ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter. Und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in zwei Wochen. Wichtig ist auf dem Platz der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkelpillow, Powered by EA Sports. It's in the game. Herzlich willkommen zum einzig wichtigen, relevanten Fußball-Podcast, den ihr im Netz finden könnt. Und diese Stimme lässt schon vermuten ein Drittel des Podcasts nicht dabei und das ist Nico. Aber auch deswegen bestehen wir ja aus drei verschiedenen Persönlichkeiten, Experten, charismatischen Stimmen aus der Fußballwelt, um das auffangen zu können. Und das mache ich heute gemeinsam mit Pillow. Schönen guten Abend. Grüß dich. Kennst du, bist du alt genug, um, wie hieß er nochmal, Samstagnacht live zu kennen? Diese Comedy-Nummer, die damals immer lief? Boah, ich möchte ja sagen, aber klingel nicht direkt bei mir. Nee, da war ich so 15, 16, so. Da war das. Samstagnacht live hieß das, glaube ich. Das war so krass. Da gab es eine Rubrik, die hieß Zwei Stühle, eine Meinung. Und da saßen zwei alte Tschechen, die die ganze Zeit geraucht haben. Und an die erinnere ich mich gerade selber mit dem Schummer-Filter, den ich hier heute anscheinend über meiner Kamera habe, und eine Zigarette an. Und die hießen Pavel Pipovic und Bronko Kulitschka. Und die haben sich immer begrüßt mit Grüß dich, Pavel. Und dann hat der andere gesagt, Grüß dich, Bronko auch. Von daher Grüß dich, Peter auch. Richtig, in dem Sinne. Nico, um das aufzulösen, ist wahrscheinlich irgendwo im Ausland wieder. Ich würde auch gerade sagen, wenn er Fotos vom Flughafen postet, auf dem Montag, dann weiß ich, die Folge wird potenziell ohne ihn aufgenommen. Wobei er natürlich sonst auch sich oft nicht lumpen lässt und dann sich doch zuschaltet aus welcher Zeitzone auch immer. Aus Mumbai. Mumbai, New York ist immer ein guter Guess. Aber, ja, wer weiß. Jetzt sind wir auch ganz falsch und ganz woanders. Aber es werden bestimmt spannende Projekte dabei entstehen. Ja, folgt Nico auf all seinen Kanälen. Bekommt jetzt das Erste mit. Noch wichtiger, folgt aber uns. Denn wir machen heute was, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Und zwar fragt den Pillow. Wir sammeln eure Fragen bei Ed, wichtig ist auf dem Platz, Instagram. Könnt ihr uns genauso immer Feedback dalassen. Ja, abonnieren. Und da haben wir heute Nachmittag nach Fragen gefragt, die ihr Pillow stellen könnt. Und ich glaube, dir ist auch klar, worauf die meisten Fragen sich beziehen. Denn wir wollen ja auch nicht vergessen, der Podcast hier ist gestartet als Bündnis eines Werderaners und eben eines Schalke-Fans. Bündnis blau-grün quasi, ja. Also hat sich nach der Fragerunde der Schalke-Block für heute schon wieder erledigt, ne? Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Okay, gut. Aber das machen wir wieder flüssigen Übergang für immer, ja. Ja, machen wir heute grundsätzlich, ne? Ist nämlich auf den Tag genau vier Wochen her, als wir das letzte Mal in der Zwei-Konstellation saßen, weiß ich noch. Da war ich gerade im Bus angekommen. Damals hieß die Folge Quick & Dirty. Heute heißt sie Quick & Dirty Part 2. Und da werden wir ungefähr alle vier Wochen beibehalten. Von daher schieß mal los. Was hast du denn? Wir fangen allgemeiner an. Kamil fragt, auf welchem Platz in Gelsenkirchen hast du es am meisten Gehast zu spielen, zu deinen aktiven Zeiten? Ja, alles, was mit schwarzer Asche zu tun hatte, ne? Hier, jetzt dann tatsächlich, also das hat sich ja dann, wenn jetzt mal die Jugendzeit im Vergleich zu hier vor sechs, sieben, acht Jahren, als ich dann noch gespielt habe vor Gleister, hat sich dann natürlich viel zum Besseren. Wobei Gelsenkirchen, der Kreis Gelsenkirchen und Gladbeck hier schon, also grundsätzlich rote Asche ist, ne? Kaum Kunstrasenplätze wie in Essen, Bochum, sobald du Gelsenkirchen verlässt, ist das eigentlich gang und gäbe. Bei uns nicht, frag mich nicht. Aber mit rote Asche konnte ich immer umgehen. Schwarze Asche war halt schon sehr wild. Und da gibt's in Buhr, die müssten Buhr-Bülse heißen, Digga, das ist auch so ein Platz. Da ist, die haben gar keinen eigenen Parkplatz, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, musst du am Straßenrand parken und dann gehst du so fünf Schritte von deinem Auto durch so ein Tor und dann ist einfach so ein eingezäunter schwarzer Ascheplatz. Und links sind so zwei Kabinen, also genau zwei, die eigentlich so groß sind wie eine zusammen. Und den Platz, auf den kam ich gar nicht klar, richtig schwarze Asche. Wenn ich gemaut habe, es hat richtig scheiße mit solchen dicken Steinen drin noch, Alter. Den Platz habe ich richtig gehasst. Und ich habe mal, aber da haben wir nur einmal gespielt und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wo in Bochum. Aber das war ein Vorbereitungsspiel, so ein Freundschaftsspiel gegen Bochumer, ich glaube sogar Bezirksligisten. Digga, das war so eine kleine Anekdote am Rande. Das war so ein Running Gag. Immer wenn wir in irgendwelchen Vorbereitungsspielen gegen so, wir waren Kreisliga C. Also wenn wir so zwei, drei Ligen höher gespielt haben, Digga, wir haben die meistens weggemacht. Oder aber wenn, dann doch richtig gut abgeschnitten. Wir haben mal im Winter so ein Turnier in Herne gespielt, so ein Hallenturnier. Digga, wir einzige Kreisliga C-Mannschaft, dann noch so zwei, drei B-Liga-Mannschaften und dann ganz, ganz viel Kreisliga A und eine Bezirksliga-Mannschaft. Und wir haben erst im Finale, Digga, gegen so eine türkische Bezirksliga-Trüppe, die haben Fußball gespielt, wie Bundesligisten gefühlt. Gegen die haben wir dann ganz knapp 2-1 verloren, ganz knapp, keine Ahnung, Alter, da sind wir immer über uns hinausgewachsen. Aber zurück zum eigentlichen Thema, da in Bochum gab es auch, das war zwar ein Kunstrasenplatz, aber ich schwöre, das war der erste Kunstrasen, der jemals verlegt wurde. Einfach so wie so ein Teppich, weißt du, so Beton ausgegossen und dann einfach so einen ganz dünnen Teppich drübergelegt, so einen grünen. Und Alter, wir haben nach 14 Minuten so die Flunkenwege getan, ne? Ja, das war auf jeden Fall auch richtiger Hass, aber Boe Bülse, ist jetzt auch wieder Jahre her, ich weiß nicht, ob sich da was getan hat, aber den Platz habe ich richtig gehasst, Alter. Also ich kann das auch nur sagen, ich habe einen kleinen Bruder, der sehr lange sehr gut gespielt hat, ich war da relativ früh schon raus beim Fußball, aber kennen wir auch viele Plätze noch und dachten immer auch an den ganzen Scheißplätzen. Da haben wir immer gedacht, ist der Vereinsvorstand nicht in der Lage, die entsprechenden Anträge auszufüllen oder was? Hast du einmal mitbekommen, bei uns auch in Aachen, dass immer so peu a peu die Plätze, dann eben Ascheplätze, Kunstrasenplätze gemacht wurden, mittlerweile ist der Kunstrasenplatz eigentlich Standard und jeder Verein hat einen, wenn du die sogar zwei, drei hast. Und dann gab es da immer so die letzten Vereine bei uns, die dann noch die letzten Aschebastionen waren und dann natürlich immer so diesen Heimvorteil hatten. Und auch keiner hatte einfach Bock, da zu spielen, ne? Ja, wobei, andersher, also ich finde, Rote Asche geht voll klar, ne? Ich finde, wenn die so ein bisschen vorher noch so ein bisschen gesprenkelt wird, dass die so ganz so trocken ist, dann ist das vollkommen okay aus meiner Sicht, kannst du auch schon gut drauf zocken. Aber natürlich, wenn du Kunstrasen hast, umso besser, aber nochmal hier in Gelsenkirchen, und ich denke mal, das wird dann auch wieder mit Budget oder so zu tun haben, ähm, Gelsenkirchen ist Rote Asche. Ähm, ganz andere Frage, und zwar vom Graf von Willemsburg, heißt es auf Instagram, was für ein Stadiontyp bist du mittlerweile? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mich nicht vom mit 14 Bier gleichzeitig in der Kurve rumstehen grüllendem Typen zum wahrscheinlich altersbedingt etwas, äh, wie sagt man, gesettelteren Stadiongänger entwickelt, ja, wobei Eddie White ist, ich war die Saison noch nicht ein Spiel im Stadion, ne? Ich werde schon, äh, regelmäßig jede Woche gefragt, wann lässt sich denn mal blicken, und ich will jetzt auch tatsächlich am besten noch vor dem nächsten Urlaub im November nochmal irgendwie ein Spiel mitnehmen. Jetzt, Samstag war ich eigentlich schon halb da, aber dann war doch irgendwie wieder doof, ähm, ja, aber machen wir uns auch nichts vor, ne? Also, wenn ich dann jetzt mal da bin, dann ist das meistens ein, ein Sitzplatz, und da versuche ich auch immer in einer guten Höhe zu kriegen, dass ich einen coolen Überblick irgendwie über's, ähm, über das Spielfeld hab, aber so ganz in der Kanapé-Fraktion bin ich dann doch noch nicht angekommen, ne? Also nochmal, ich hab auch nach wie vor nichts gegen jede Kurve und so, hast du nicht gesehen, aber in letzter Zeit hat sich das eher immer so ergeben, dass halt irgendwelche Tribünenplätze sind, ähm, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich mich da mit dem Publikum auf der Tribüne nach wie vor mitunter schwer tue, ne? Also, das ist dann schon sehr viel, äh, wie sagt man immer, wenn in Deutschland spielt, dass er 80 Millionen Bundestrainer, äh, davon hast du halt auch, wenn dein Verein spielt, eine ganze Menge da sitzen, ne? Da, ja, so halt. Nächste Frage kommt von, äh, Camera Obscura, hatten wir gerade schon Offer Record kurz gestellt, äh, bist du Samstag wieder am Pauli-Blog? Ich war kurz verdutzt, wie die Frage gemeint war, und dann hast du mich daran erinnert, du standest ja bei dem glorreichen Aufstiegsspiel vor, nun knapp anderthalb Jahren, äh, zu Hause, also im Gästeblock, nun, äh, diesen Samstag, 20, 30, spielt Schalke auswärts, äh, ja, in St. Pauli? Ne, 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 ich bin nicht, äh, bin nicht im Stadion. Ne, ne, ich komme, äh, Freitagabend erst aus München wieder, und dann, äh, werde ich Samstag so ein bisschen Family-Time machen, und dann abends auf, äh, Couch, das ist nämlich so, mein wirkliches Stadion-Erlebnis für die letzten ein, zwei Jahre, äh, werde ich da das Spiel genießen, und auf einen, äh, Schalke-Sieg hoffen. Wir haben eine andere Frage von, äh, Joshua, und die, äh, schlägt den gleiche Kerbe, so wie du gerne Fragen in deinem, äh, Format, äh, Millimeter-Entscheidung stellst. Okay. Zehn Jahre, kein Derby-Gewinn, aber einmal Meister werden, oder, kein Derby-Verlieren, aber immer Abschiedskampf. Meister werden. Okay. Ich kann nicht jetzt schon sagen, brauche ich gar nicht weiter, aber Meister werden. Derbys haben wir schon, weiß nicht, weil wir die letzte gewonnen haben. Auf jeden Fall Meister werden. Was ist das für eine Frage, Digga? Nie wieder ein Derby-Gewinn, aber dafür Meister werden, so. Ja, gut. Ja, so die Frage, ne, was der Mehrwert ist da. Aber, was, was, was wäre das Zweite gewesen? Ja, Zweite wäre, oder, kein Derby-Verlieren, aber immer Abstiegskampf. Nee, 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 Meister werden und zehn Jahre kein Derby-Gewinn. Alles gut. Kein Derby-Gewinn oder alle Derbys-Verlieren? Er schreibt, keins-Verlieren. Nee, aber in der Variante, wo ich Meister werde. Also, ich werde Meister, dafür gewinne ich zehn Jahre keins oder verliere zehn Jahre alle. Du gewinnst keins. Also, du könntest davon unentschieden hoffen. Ja, das ist unentschieden, geht voll klar. Also gut, auf jeden Fall Meister nehmen. Ganz, ganz klare Kiste. Springen wir zu aktuellen Vorkommnissen im Schalke-Kader. Wahrscheinlich wieder prominent ist gerade die Verletzung im Tor von Müller. Oh ja, bitte, Alter. Salitos09 fragt, meinst du, dass Ralle, wenn er fit ist, jetzt eine reelle Chance bekommt, nach der Verletzung von Müller? Du, ich hatte vor Wochen gesagt, am Ende wird Ralle im Tor stehen, wie es immer so ist. Hatte mir da schon gedacht, das Wahrscheinlichste ist dann eine Verletzung. Wobei ich ihm die nicht wünsche, ganz im Gegenteil. Also, müssen wir ganz ehrlich sagen, jetzt in den ersten sechs Spielen, die wir jetzt hatten, war unser Torwart Marius Müller mit Abstand der beste Mann. Also, Punkt. Da gibt gar nichts zu rütteln. Und das war auch an der Reaktion, wie Arona musste, gesehen, wie viel ihm das bedeutet hat. Und seit heute wissen wir, ist ein monatelanger Ausfall. Seenabriss irgendwo im Adduktorenbereich. Das ist halt auch für den Torwart eine total doofe Stelle. Von daher, boah, das geht schon fast in Richtung Schwere eines Kreuzbandrisses. Ja, mega bitter. Aber ja, natürlich wird Ralf Herrmann, sobald er fit ist, im Tor stehen. Und wird seine Sache wieder gut machen, bin ich 100 Prozent sicher. Also, das ist ja der Luxus, den wir dann tatsächlich genießen. Ich weiß nicht, ob jetzt am kommenden Samstag schon. Wenn nicht, dann wird das, denke ich mal, Michi Lange machen. Der, weiß ich nicht, dreimal oder so in seinen 100 Jahren bei Schalke eingewechselt wurde. Mehr war das halt tatsächlich nicht. Aber da immer geliefert hat. Von daher macht mir das jetzt ehrlich gesagt keine schlaflosen Nächte, dass das jetzt da passiert ist. Aber für ihn, also für Marius Müller, super, 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 super bitter. Richtig geiler Typ, hat der Mannschaft ganz, ganz viel gebracht. Und ja, wünsche ihm gute Besserung. Hoffe, dass er schnell wieder zurückkommt. Aber alle wird übernehmen. Und wie ich jetzt schon gesagt habe, am Ende der Saison, am langen Ende steht immer Ralf Herrmann im Tor, solange er wieder auf Schalke ist. Ist so. Mehrere Leute hatten die Frage so formuliert. Oder nach dem Motto, würdest du lieber ihn oder Michael Lange aufstellen. Von daher, lass uns gerne zum Schalke-Blog springen. Schalke hat jetzt zuletzt, du hast wahrscheinlich sehr emotional verfolgt, im 4-3 gegen Magdeburg gewonnen und damit den Magdeburger den Sprung an die Tabellenspitze vermiest. Wie hast du das Spiel verfolgt? Boah, ja, ich hatte ja, hatte ich dir schon vor der Aufnahme erzählt, so ein bisschen, so ein bisschen Samstag, Sonntag nochmal den zweiten Erkältungsrückfall jetzt und hab mich den ganzen Samstag mit so einem richtig miesen Husten rumgeplagt. Also wirklich, von morgens, von wach werden, dann hatte ich 5 Minuten Ruhe, dann ging die Husterei los, bis abends, bis ich eingeschlafen bin, alle 2 Minuten husten, so einen trockenen Ekelscheiß. Das hat mir so ein bisschen, irgendwie dann, besonders abends dann, wo der Tag schon ein paar Stunden alt war, so ein bisschen die Laune verhagelt. Deswegen konnte ich das, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig genießen, aber, ja, aus Fansicht, also drei Schichten, die ich drauf gucke. Einmal neutrale Fansicht, ja, das ist die geilste zweite Liga, die es gibt, ne, also ist ja unglaublich, das passiert ja jedes Wochenende an allen Ecken und Enden, solche Spiele davor, die Woche, oder vor der Länderspielpause, das 6-4, auch wieder Magdeburg gegen Hertha, jetzt bei uns, also unfassbar geile Liga, unfassbar geile Spiele aus Schalker-Fanbrille, das ist die zweite Dimension, ja, natürlich riesen, riesen Erleichterung und gibt dir dann halt auch tatsächlich das Gefühl, dass du, wenn du, wie ich jetzt am Anfang der Saison oder auch nach den ersten Spielen gesagt hast, eigentlich ist die Truppe echt gut genug, um da ganz oben mitzuspielen. Da ist richtig Qualität im Kader, nur irgendwie, ja, ne, bleiben sie den, oder werden sie dem Anspruch irgendwie noch nicht gerecht, so, aber dann mit total geilem Ende und das löst natürlich, ne, breite Brustbeischalker raus, das ist ja gar keine Frage, also die zweite Dimension und jetzt die dritte, für mich aber die wichtigste und das ist so ein bisschen die möglichst nüchterne und sachliche, ähm, die müssen unbedingt zusehen, dass sie diese phlegmatischen, leichtfertigen, lustlosen ersten 30 Minuten, die sie am Wochenende gespielt haben und das war jetzt auch nicht das erste Mal, dass sie die, dass das einfach nicht mehr vorkommt und dann einfach so wie ab Minute 35, so, weil da hat sich angekündigt, dass das 2-1 der Anschlusstreffer und dann läuft das auf einmal, ne, so, dann hast du nach wie vor immer noch in der zweiten Halbzeit, wo dann, ne, nochmal Magdeburg in Führung geht, hast du, und das zieht sich so die ganze Saison, hast du, wenn das Pressing mal nicht klappt, hast du eine Riesenlücke, eine Riesenlücke im Zentrum, die immer gefährlich wird und so oft schon zu Gegentoren geführt hat, ähm, das müssen sie abstellen und diese phlegmatische, was da sich immer wieder einschlägt, ich weiß nicht, ob das Überheblichkeit ist oder was das ist, aber das muss zwingend weg, da muss zwingend weg, so, und wenn das zwingend weggeht, dann kriege ich mir ehrlich keine großen Gedanken, dass wir da nicht im, zumindest mal innerhalb der nächsten Wochen jetzt mal im oberen Drittel der Tabelle ankommen und da mal anklopfen und, wie gesagt, entscheiden und sowas, tut sich das eh alles erst in der Rückrunde, am Ende kackt die Ente, insbesondere in der zweiten Liga, aber das muss einfach weg, ich weiß nicht, wo das herkommt, und du hast ja gesehen, du brauchst es ja nicht mal eine Kabinenansprache, die wohl tatsächlich ein bisschen was lauter war, dieses Mal zu Recht auch, die brauchst du ja nicht mal, da passiert auf einmal irgendetwas in Minute 29, 30, wo die sich auf einmal denken, ja, jetzt lass mal ein bisschen hier machen und dann ist auch nicht von einer auf andere Sekunde high, gib ihm, dann entwickelt sich so langsam und dann fällt halt 2-1 und dann Hand aufs Herz habe ich mir schon so leise für mich gedacht, Digga, die werden da drehen, wenn die jetzt so weitermachen, werden die da drehen und so sind wir am Ende gekommen. Ja, absolut. Und auch wahrscheinlich halt sehr wichtiger Sieg einfach für vor allem den Trainer, dass man da jetzt nochmal den hochkalibigen Gegner gewinnen konnte. Total, das macht auch sicherlich viel mit der Moral jetzt, wenn du so ein Ding einmal holst, so mit Selbstvertrauen und an sich glauben und so weiter und so fort. Und auch Vertrauen in den Trainer spielt da sicherlich auch eine Rolle mit. Deswegen war das doppelt und dreifach wichtig, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber am Ende ist der Hebel so einfach wie kompliziert. Stell diese Phasen ab, in denen du einfach so unkonzentriert und leblos und ideenlos und einsatzlos da irgendwie Fußball spielst. Mach das einfach weg. Da geht ein Hebel um und auf einmal, wie heißt der, der Lino Tempelmann, Digga, der ist auf einmal kein Tee. Der ist überall. Der ist vorne, hinten, links, rechts, gewinnt die Bälle, bereitet Tore vor. Alles auf einmal. Aber erst ab Minute X und nicht von Anfang an. Keine Ahnung. Und Hand aufs Herz, ich will dem Junge nichts böse, der ist 17 und so und vielleicht muss er auch tatsächlich dann doch nicht jedes Spiel von Anfang an machen. Aber Uedra Ogo muss mehr machen. Was der macht, hat immer hochgradig Hand und Fuß und wird in der Regel immer gefährlich. Aber der muss mehr machen. Und wenn er sich da noch nicht so bereit zufühlt, dann, wie gesagt, muss er halt vielleicht hier und da nochmal von der Bank kommen und so weiter und so fort. Ohne, dass ich dem was böse will, aber der muss mehr machen. Wie ich mir schon gesagt habe, jetzt geht es gegen Pauli, er noch stärkerer Gegner und dann kommen wir mit Paderborn und Hertha zwei. Die in der Tabelle stand jetzt noch, Unterscheid gestehen. Wenn du da mit sieben Punkten rausgehst, würde ich sagen, hast du Glück gehabt. Ja, aber lass dich mal nicht täuschen. Das sind alles drei richtige Brocken. Das sind alles drei richtige Brocken. Das ist die Zweitliga-Goldene Regel, genau. Ja, ja, ja. Haben gerade Holstein, Holstein Kiel fünf Dinger eingeschenkt. Hertha hat ein richtig starkes Spiel gemacht gegen Wiesbaden, ne? Braunschweig. Braunschweig, genau. Braunschweig, Entschuldigung. Haben da eine richtig starke Partie gemacht. Pauli, hatte ich gerade schon gesagt, hat fünf Dinger. Also das wird ein richtig, richtig, richtig schweres Spiel. Aber, ey, 20-30 auswärts, flutlich, dunkel, wird auf jeden Fall schon geil. Als neutraler Beobachter kannst du jetzt schon sagen, wird auf jeden Fall geil. Lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten. So oder so. Um noch kurz dem Bremen-Log gerecht zu werden. Bremen wartet nach wie vor auf den ersten Einsatz von Nabil Keter. Das wird auch noch spannend, wann das passiert. Ob wir das noch sehen. Gibt es da eigentlich eine Prognose? Ja, der war wohl jetzt dieses Wochenende schon relativ nah dran. Wenn ich das richtig wahrgenommen hatte, so mit einem Ohr hier, wenn über den Tag verteilt, ab und zu mal die Nachrichten laufen. Ich glaube, der ist relativ nah dran. Was so ein bisschen lustig ist, also grundsätzlich bin ich der Meinung, als wäre der Bremen, muss er Heidenheim schlagen. Und dann habe ich so eine irrwitzige Statistik gesehen, dass über die Hälfte aller Gegentore, die Bremen sich die Saison bisher gefangen hat, ist alles von Ex-Bremen als Spieler. Der Dingschi hat den zwei Dinger reingehauen und in den Spielen davor hat noch irgendwer bei denen geknipst. So eine absurde Statistik. Du, aber, also Nico, wenn der jetzt hier wäre, der wäre natürlich deutlich näher dran. Aber auf mich wirkt das halt so, wie ich das schon auch in der Euphorie-Phase von Nico vor der Saison so ein bisschen angemahnt habe. Er hat mir dabei immer große Mühe gegeben, nicht wie so ein Hater zu wirken. Aber Bremen kann aus meiner Sicht froh sein, dass Darmstadt und Heidenheim in der Liga sind. Auch wenn Heidenheim da jetzt gerade ganz gut performt, am langen Ende bleiben das für mich die beiden Absteiger Nummer 1, 18 und 17. Und dann muss er nur noch besser sein als der 16. Und da traue ich denen schon zu. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass das in Bremen schwierig werden könnte, diese Saison. Ja, haben zumindest die ersten zwei Tore gemacht. Da muss man ja auch dazu sagen, machst du drei Spiele in der Liga ohne Tor und gibst dann noch deinen besten Stürmer ab oder vermeintlich einen der besten Stürmer des Landes mit Füllkrug. Von daher, ja, haben die echt kein Tor gemacht in den ersten drei Spielen, Liga? Also, 0-4 Bayern, 1-0 Freiburg und dann 4-0 Mainz. Ja, aber 4-0 Mainz haben sie ja gewonnen. Haben sie vier Tore gemacht. Ach ja, sorry, mein Wissen war gar nicht nach den ersten zwei Spielen. Sorry, die Statistik, sie haben Füllkrug abgegeben, nachdem sie noch kein Tor gemacht haben. Ja. Ja, okay, gut, ja, danke für das Korrigieren, da lebe ich mich auf den Kopf und Kragen. Ansonsten, ich kann dir sagen, ich fahre mit dem 1. FC Köln nach Bremen vermutlich, jetzt am Samstag und, ja, für beide Parteien ein sehr wichtiges Spiel, was potenziell ein Befreiungsschlag werden kann oder, ja, genau das Gegenteil. Wolltest du vielleicht mal kurz so ein bisschen die aktuelle Gemütslage beim 1. FC Köln skizzieren, ohne zu sehr in Internas abzudriften? Also ich meine, wie du schon gesagt hast, läuft der jetzt auch nicht so rosig, ne? Ne, ne, also ich glaube vor allem auch eben für Steffen Baumgart, also das ist ja auch alles, was ich jetzt sagen kann, ist ja so, ist ja nichts Neues. Ich glaube, der schlechte Saisonstart, den man jetzt so hatte, bisher hatte er ja einfach auch eine sehr gute Zeit beim FC, was das Ergebnisse Einfahren angeht und auch eigentlich immer ein guter Start, wo man auch klar sagen muss, ich war gestern lustigerweise zum Beispiel noch mit dem Marek und Jan, die beide auch schon mal Gast hier waren, noch unterwegs und die sind ja beide einfach auch sehr, sehr große FC Köln-Fans und der Marek hat sich die Mühe gemacht, der Marek hat sich die Mühe gemacht. Statistik noch ein bisschen genauer in die Lupe zu nehmen, meinte eben auch, dass einfach der Schedule, wie man es schon auf Englisch sagt, einfach die Gegner vom FC einfach unfassbar stark waren und ist auch so. Spielt es erst gegen Dortmund, dann Wolfsburg, Frankfurt, Hoffenheim. Das sind alles Teams, die werden im oberen Drittel landen oder wollen da zumindest landen. Also wir haben Dortmund und Frankfurt. Ist klar, Wolfsburg sehr, sehr gut performt gerade, auch gegen uns und Hoffenheim, also die haben einfach halt ganz andere Etats. Das merkst du dann schon, aber ich glaube nach wie vor, was beim FC einfach gut ist und was auch, glaube ich, dem Trainersverlangen ist, die Stimmung bleibt halt stabil. Also zumindest so, die Fans, lass die Fans, die Stadt mal sehr emotional sein, aber die Stimmung innerhalb der Mannschaft bleibt halt total stabil und meistens ist klar, dass die Leistung nicht das Problem ist, sondern eben auch so. Hast du das Spiel gesehen gegen Hoffenheim, die Tore? Nee, nee, nee. Muss ich dir mal angucken. Also 1-0, sehr unglücklich gefallen. Die FC-Fans machen einen riesen Choreo für 100 Jahre Müngersdorf und das Tor fällt, dass die Choreo noch gar nicht durch. Sehr unglücklich. Dann das 2-0 macht er aus der eigenen Hälfte. Keeper kommt raus, muss den Ball abfangen und dann kriegt der Wolfsburger den Ball gut zugelassen und schießt ihn auch perfekt rein. Also muss ich noch sagen. Jeff Chabot war auf dem richtigen Weg. Er hätte den Ball sonst irgendwie noch abfangen können, aber der Ball ging perfekt rein und das 3-0 war auch ein richtiger Sonntagsschuss. Also wo du sagen würdest, der kann die Murmel der 100-Mann sich auf den Punkt legen, der macht den so nicht normal. Und dann hat Davy Selke noch den Anschlusstreffer gemacht. Ja, aber jetzt genau. Jetzt gegen Bremen und dann zwei Derbys, Leverkusen und Gladbach. Lustig, dass du das gerade sagst mit dem, diese Tore, wo du denkst, Digga, leg nochmal 10 Bälle hin und mach noch einmal genauso. Wird nichts. Hatte ich am Samstag auch bei Schalke. Der Kollege, der uns die ersten beiden Dinge reinhaut, der macht das 1-0 außerhalb des 16ers mit so einem linken, mit der linken Innenseite, streichelt er den da genau in die Ecke rein aus vollem Lauf. Also richtig, richtig starker Abschluss. Und da denke ich mir auch wieder so, ich meine, der Tor entsteht, weil wir schlafen und einen riesen Scheiß bauen und einen riesen Fehler machen. Aber trotzdem macht er den so rein, wo ich mir denke, Digga, so ein Tor hat den seiner Karriere noch nicht geschossen. Mashallah, mach nochmal. Digga, kommt derselbe Typ 10 Minuten später wieder und haut direkt denselbe Tor. Einfach 1-1 denselben Schuss nochmal rein. Ich so, okay, gut, das hast du mich gefickt, ja. Von daher, ja, aber ich kann mich da reinfühlen in diese Situation. Ich habe bei Schalke auch ganz oft das Gefühl, dass gegen uns irgendwelche Leute, die zwei, drei Jahre kein Tor mehr geschossen haben, da leben die sich richtig aus dann. aber andere Thema, ja, bleibt auf jeden Fall auch spannend zu sehen, wie sich das da in Köln entwickelt und ja, hast sicherlich nicht Unrecht oder Marek und Jan sicherlich nicht Unrecht mit, grüße übrigens mal schön von mir, geile Typen, sicherlich nicht Unrecht mit dem Startprogramm, da kann ich als Schalker ja auch ein Lied von singen aus den letzten Jahren. Von daher, ja, unterschreibe ich, was du sagst, dann jetzt gegen Bremen ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel. Da musst du dann jetzt mal was holen und das gilt für Köln genauso wie für Bremen. Ja, was ist das? Samstag, Sonntag? Samstagabend, 20.30 Uhr. 18.30 Uhr? 18.30 Uhr. ja, 18.30 Uhr. Nice, nice. Da weiß ich schon, weil ich vor Schalke gegen Pauli stark. Genau, es ist auf jeden Fall angerichtet. Ich hätte gedacht, vielleicht den Nikola zu treffen, aber der ist dann glaube ich noch international mäßig unterwegs, ja. Und bei Dubai oder irgendwo dazwischen. Wo, irgendwo halt, wer weiß das schon genau. Du, sagen wir mal, bevor wir nochmal kurz ein bisschen über den DFB und das Wunder-Comeback und jetzt die neue Bierhoff-Ersatzposition sprechen, sollen wir mal kurz über den geilsten Partner, den man sich für einen Podcast überhaupt vorstellen kann, reden? Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Der heißt nämlich EA Sports. It's in the game. Und der steht relativ nah vor der Veröffentlichung von dem ersten Ableger seiner Reihe, der nicht mehr FIFA heißt, sondern EA Sports FC 24. und ich hatte letzte Woche schon mal angekündigt, dass ich mir die Ratings in den einzelnen Ligen mal ein bisschen genauer angucken werde und mal gucken werde, was man da so für Dinger findet, die man gut findet oder vielleicht auch, da konzentriert sich der durchschnittliche FIFA-Spieler ja immer viel mehr drauf, die Dinger, wo man sagt, hä, was ist das denn für ein Rating, was ist das denn für ein Tempo, ja, oder wer ist denn da die Werte, oder wer macht denn da die Werte, ja, was ist das für Blindfische und so, ne, dann ist ja schon gang und gäbe und gehört zum guten Ton in der FIFA-Community, in der EA Sports FC-Community seit Jahrzehnten, ähm, habe ich gemacht, kommen wir gleich zu, aber vorweg, ähm, es knistert ein wenig in der EA Sports FC-Community und zwar ob des neuen Features in FIFA Ultimate Team, dass da Evolutions genannt ist, ich hatte vor ein paar Wochen schon mal kurz angeteast und fand es persönlich sehr, sehr, sehr interessant, nämlich dass man weiß bis heute nicht, ob alle Spieler oder gewisse Spieler, die ein bestimmtes Potenzial bergen, bergen, die noch relativ jung sind oder so, ähm, sogenannte Evolutions-Karten kriegen sollen und dann nehmen wir mal als Beispiel Mokoko, ich weiß gerade nicht sein Rating, aber ich glaube, der geht mit einem 78er oder 79er Rating dieses Jahr in Ultimate Team rein und dann könntest du diesen Spieler anhand von zum Beispiel Aufgaben, die du erfüllen musst, na, was weiß ich, nimm einen Spieler mit maximal 70 Tempo in deine Startelf und schieß mit dem 10 Tore als Beispiel, ne, solche Aufgaben, die gestellt werden, und wenn du die löst, dann verbessert sich deine Mokoko-Evolutions-Karte, bis der dann irgendwann nach Wochen, Monaten auf einem 91er Rating oder so, ne, als Beispiel angekommen ist, war dich total, wirklich total interessant, fand ich eine richtig, richtig geile Idee fand, gerade, ähm, vor dem Aspekt, dass du das über Aufgaben, die du lösen musst, irgendwie erfüllen kannst, das finde ich persönlich immer total geil, das ist auch total sinnig, um Leute ins Spiel reinzuholen, an Spiele irgendwie zu binden, aus meiner Sicht, ähm, und geht ein bisschen weg von diesem Pay-to-Win-Vorwurf, den EA Sports sich ja bei dem Spiel auch traditionellerweise immer gefallen lassen muss, jetzt gibt's einen neuen Leak, es gibt einen neuen Leak, wohlgemerkt, ne, wir wissen nicht, ob's stimmt, wir wissen nicht, ob's confirmed ist, aber es wird gemunkelt, dass du ja die Möglichkeit hast, durch die Lösung von Aufgaben oder, ne, die Erreichung von irgendwelchen Zielen in deinen Spielen diese Karten entwickeln kannst und besser machen kannst, aber du kannst wohl auch einfach Mamas Kreditkarte nehmen, 5000 FIFA Points kaufen, plack, 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 plack und hast dann dein 91er Mokuku innerhalb von drei Stunden fertig gemacht, wofür andere irgendwie zwei, drei Monate spielen müssten, ähm, die da kein Geld investieren wollen oder nicht haben oder was auch immer, ähm, was natürlich, ich hatte ihn gerade erwähnt, den, äh, klassischen Pay-to-Win-Vorwurf, der EA da immer gemacht wird, ähm, den ich auch manchmal so ein bisschen belächeln muss, ne, aber so ganz von der Hand zu weisen ist er auch nicht, der steht da jetzt wieder im Raum, da gehen alle richtig steil drauf, ich persönlich fände es ehrlich gesagt Hand aufs Herz auch schade, ähm, ja, wobei ich schon am Ende dann auch verstehe, das ist halt ein, ne, ist halt ein Geschäft und, ähm, ist kein Geheimnis, dass, äh, FIFA oder besser gesagt EA Sports FC schon die Cash kaufen, von EA Sports ist, äh, oder vielleicht die größte Videospiel-Cash-Cover aller Zeiten ist, ähm, da kann ich es aus einem Business-Aspekt schon äh, verstehen, aber das sorgt gerade für ordentlich Unmut, obwohl es bisher nur ein Leak ist, ähm, die Erfahrung zeigt aber auch, dass wenn solche Leaks aus gewissen Quellen, äh, rauskommen, dass sie dann, oh, eigentlich 10 von 10 mal so eintreffen, von daher fände ich es persönlich ein bisschen schade, aber sollte ich nach vorne raus, ähm, was ich so gar nicht glaube, aber nach vorne raus, ähm, im neuen Teil von, von EA Sports FC wieder mehr Zeit finden zu spielen, würde ich trotzdem die Kreditkarte im Schrank lassen oder im Portemonnaie und versuchen, diese Karten, wenn ich sie denn dann bekomme, äh, irgendwie so durch Spielen weiterzuentwickeln, aber ja, ähm, wird viel gemeckert gerade bei dem Thema, das ist tatsächlich auch mir, der da jetzt nicht mehr so tief drin ist, wie vor 2, 3 Jahren vielleicht noch, nicht entgangen, ähm, schauen wir mal, was dabei rumkommt, gehen wir mal auf die Ratings, also wir hatten ja schon, hatten ja schon, äh, die Top 24, aller Ratings hatten wir schon drin, mit so, ja, wenig überraschenden Namen wie Haaland, Mbappé, ähm, Harry Kane, Robert Lewandowski und so weiter und so fort, die üblichen Verdächtigen hatten, Frauen dabei, äh, Alexandra Popp war dabei, Sam Kerr war dabei und so weiter und so fort, ähm, und jetzt sind halt die einzelnen Ligen rausgekommen und ich hab mich da heute mal so ein bisschen durchgeklickt und muss ganz ehrlich gestehen, dass ich jetzt auf die, äh, Face-Stats, also, ne, jede Karte hat ja ein Over-All-Rating, beispielsweise so ein Peter hätte natürlich eine 94 schon auf seiner Goldkarte, ja, im Antrieb, in seinen jungen, in seinen jungen, knackigen Jahren, aber dann gibt's natürlich noch die Face-Stats, die dann da drunter sind, äh, die bestehen aus Tempo, Schießen, Passen, Defensive, Physis und Dribbling, ähm, zwei in einer Reihenfolge, aber das sind die sechs, die hab ich mir jetzt mal im Detail nicht von jeder Karte angeguckt, aber hab mal so zehn Minuten Zeit investiert, um mal zu, einen zumindest zu finden, wo ich sag, um die Leistung in der letzten Saison, ein Trend Alexander-Arnold mit einem 86er Over-All-Rating rausgeht, sag ich, ist okay, passt, ne, hat man vielleicht auch eine 85 draus machen müssen, weiß nicht, die beste Liverpool-Saison, aber ich glaub, er war schon, ne, schon wieder ganz stabil und da einer von den Besten, ist okay eine 86, dann kriegt's Joao Cancelo, der dann irgendwie in der Bayern abgeschoben wurde und da aus meiner Sicht aus unerklärlichen Gründen auf keinen grünen Zweig gekommen ist, kriegt auch eine 86, hä, versteh ich schon mal nicht, dann kommt Kyrian Trippier, der mittlerweile bei Newcastle angekommen ist, der kriegt eine 85, ich bin mir denk, dir seid ihr bekloppt, was hat der denn gemacht, hab ich irgendwann grob mit verpasst, oder, den hätte ich jetzt so bei 80 bis 82 eingestuft und da war er eigentlich auch immer, ich bin auch gerade auf feverwaitings.com, und bin hier überrascht, so und jetzt kommt, Musiala eins weniger als Thomas Müller. Ja, 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 ist Müller 87, ist er nicht auch 86? Aber ich hab den bei 85 gestehen, ja. Wem hast du bei 85 gestehen? Thomas Müller und dann 84 Musiala. Ja, aber dann bist du noch bei FIFA 23 wahrscheinlich. Musiala hat jetzt eine 86er Karte, der geht mit einem 86er Rating in, oh, also, fühlt sich richtig an, aber du wirst es besser wissen, als ich vielleicht so Design, das sah schon sehr valide aus, aber ich hatte vorhin noch geguckt, also meines Wissens Musiala 86er Rating, aber am Ende auch 85 oder 86, das macht fürs Spielen mit dem Spieler gar keinen großen Unterschied, sondern da geht es eher um die Face-Stats und da haben sie Musiala, der ist ja mal vor einem Jahr, anderthalb oder so, ist der da mit so einem 73er Tempo oder so rumgeguckt, da haben sie ordentlich was gemacht, der hat jetzt ein 85er Tempo und einen Dribblingwert über 90, das sieht sehr, sehr, sehr stabil aus, 78 Schuss, glaube ich, 79 Pass und so und mit einer offener, hier zentrale offensive Mittelfeldposition, das wird für das eine oder andere kaputte Joypit in den ersten Wochen vom FIFA sorgen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema, also so das mit Trippier und Trent Alexander und Cancelo, das geht für mich schon nicht so Hand in Hand, aber jetzt kommt der springende Punkt, Digga, ich weiß nicht, ob ich da zu gutmütig an den Kollegen rangehe, aber wenn Cancelo eine 86 kriegt, Trippier, warum auch immer eine 85 und Trent eine 86, die einzige 86 da aus meiner Sicht ist, die gerechtfertigt ist, wie kann denn dann Dario Opamecano eine 82 kriegen, Digga? Kannst du das erklären? Oder bin ich jetzt doof? Ich glaube, sie haben als Spielstil, die einfach besser belohnt werden. Keine Ahnung. Ich habe schon immer so ein bisschen so das Gefühl, dass wenn ein Spieler, der wechselt in eine Premier League, dann kriegt er auf jeden Fall schon mal plus zwei, plus drei in FIFA, einfach nur, weil er in eine Premier League gewechselt ist, aber ich glaube, da tun sie dem guten Opamecano so ein bisschen umrecht. Ich habe einmal kurz gezuckt bei Karim Adeyemi, 80, fand ich, ja, aber ist dann vielleicht auf, der ist ja immer nur verletzt und kann nie wirklich spielen und so, wenn er dann spielt, dann ist er immer ganz gescheit, aber da macht er halt so selten, ich glaube, das ist dann am Ende doch wieder okay, wobei ich ihm, sagen wir mal so, vom Potenzial her sehe ich ihn ganz woanders, aber wenn du ihn auf den Platz bringst, dann steht er halt mal eine 80, ja, aber das war so, so ein kleiner Aufreger, sage ich jetzt mal, den ich da identifiziert habe, wo ich mir gedacht habe, okay, aber wenn so ein Cancelo mit einer 86, der hat auch bei Bayern München gespielt und wir müssen nicht drüber reden, was die alle normalerweise oder in ihrer Prime in der Lage sind zu leisten, aber das ist ja anscheinend nicht, dass hier was in die Ratings geht, also dann verstehe ich nicht, warum da eine zwei, also vier Gesamtrating-Unterschied zwischen Cancelo und Opamecano ist. Aber ich sitze auch nicht bei eSports und beobachte alle Spiele und bastle dann darauf Ratings, das ist wirklich ein, weiß ich nicht, wie vielköpfiges Team, die da regelmäßig Spiele sichten, Spiele ersichten und darauf dann die Ratings machen. Ich habe geguckt, Simon Tererde kommt nicht in den Top 100 vor, von daher eh Skandal und ja, da müssen wir nochmal drüber reden. Ich bin jetzt öfter bei denen zufällig, da war im Büro mal vorbeigelaufen, also irgendwo dann am Rhein, da sitzen die ja auch direkt, nicht wirklich von der Südbrücke, und dann läufst du da vorbei. Das ist dann sehr, sehr gut, ja, also da sind dann wieder die schicksten Büros der Stadt, würde ich jetzt als Zugezogener behaupten, ne, da musst du schon ein paar Videospiele für verkaufen. Ja, oder ein paar Packs hier. Also da unbeschwert die Miete bezahlen kannst. Ja, 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 für Ultimate Team Evolutions, da kommt's, da kommt das nächste Büro raus. Naja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt, ähm, ändert aber nichts dran. Ich finde das Feature total geil und eine richtig gute Idee und, äh, ja, schauen wir mal, sind nur noch, Pi mal Daumen, was, äh, übernächste Woche, nächste Woche, Ende nächster Woche kommt ESports FC, FC 24 raus und die Wahrheit ist, ich hab keine Ahnung, wie ich in einem angemessenen, würdigen Ausmaß, äh, zocken soll, wenn das jetzt mal kommt, aber schauen wir mal, muss ich mir mal da einfach lassen. Ja, ähm, springen wir dann zu dem von dir schon angekündigten letzten Themenlog und machen so ein bisschen das Follow-up zu dem von uns in der letzten Folge, äh, thematisierten, ähm, Projekt in Nationalmannschaft, da werden wir Noah Platschko, äh, ja, aber noch nicht vor allzu langer Zeit zu Gast, war Noah letzte Woche da, springe ich, bin ich gerade? Ja, ja, zwischen, zwischen Japan und Frankreich Spiel, Zeit fliegt, ich habe plötzlich aber auch noch Artikel von ihm gelesen, äh, auf T-Online, ähm, einfach nochmal kurz mich einzulesen, merke ich, naja, der, der macht das ja wirklich. Und, äh, was ist passiert? Also zum einen erstmal, du hast es ja auch beschworen, Rudi Völler bringt mit seinem Team die Nationalmannschaft zum 2-1-Sieg gegen Frankreich, daraufhin sagt er aber auch, ich will nicht Trainer bleiben, ähm, dann, Ah, schauen wir mal. Genau, gibt's, äh, Andreas Rettig wird der neue Geschäftsführer, also Nachfolger von, ähm, Oliver Bierhoff, das wiederum finden Oliver Minzlaff und Karl-Heinz Rummenigge nicht so toll und es gibt weiterhin die Gerüchte, ob Julian Nagelsmann jetzt oder was Gerüchte verhält sich alles, dass er dann doch der Nachfolger wird von, äh, Hansi Flick, wie das in Bayern auch schon gemacht hat, da geht's gerade, glaube ich, um Bayern hat schon gesagt, komm, äh, ihr müsst nicht abstottern bei uns, ihr könnt ihn so nehmen, jetzt soll es aber so sein, dass, ähm, Nagelsmann noch mehr Gehalt will, also jährlich fehlen da noch wie ein paar Millionen und da ist die Frage, wie werden sich da alle Parteien einig, aber erstmal fangen wir von vorne an, wie hast du das Spiel verfolgt und, äh, äh, ja, den 2-1-Sieg gegen Frankreich? Ich, 24 Stunden vor Anstoß saß ich mit Noah und dir und Nico in der Aufnahme und hab gesagt, haltet mich für naiv, aber da hab ich mich nicht getraut, auszusprechen, das wird ein Sieg, sondern hab es umformuliert in, ich bin, nennt mich naiv, aber ich bin mir sehr sicher, dass die deutlich besser auftreten werden als gegen Japan und Hand aufs Herz, natürlich muss das jetzt alles mal ein bisschen, ne, sauber einordnen und jetzt nicht anfangen, doof zu spielen oder so, ähm, wie sagt man so schön, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, ähm, oder die ersten 20, 25 Minuten haben wir in Frankreich auseinandergenommen, an die Wand gespielt, ne, gepresst, alles, also, Thomas Müller mit Schaum vorm Mund mit seinen 104 Jahre Alter als Pressing-General, als erster Mann im Pressing, ähm, das war 20, 25 Minuten, ne bockstarke Vorstellung, ehrlich gesagt, genau so, wie ich mir eine deutsche Nationalmannschaft vorstelle und das hat ja auch das Stadion so gesehen und eigentlich jeder andere, der zugeguckt hat, ähm, dass du dann über 90 Minuten das, das Tempo und die Intensität nicht halten kannst, geschenkt und dass, äh, Frankreich dann auch mal zu Chancen kommen wird mit der Qualität, auch wenn Mbappé natürlich gar nicht mitgespielt hat, ne, natürlich auch nochmal einen Faktor, dürfen wir auch nicht vor der Hand weisen, ähm, aber ja, mit Worten erklären kannst du das, ja, eigentlich nicht, ne, so, also ja, es sind natürlich alle, uh, uh, da ist ja Rudi, die Rudi-Magie und so und ja, wahrscheinlich ist er das auch ein Teil weit, ne, ähm, ich hatte letzte Woche gesagt, dass ich die Kombination aus Völler, äh, Wolf und vor allem Sandro Wagner richtig geil finde, je länger du drüber nachdenkst, desto geiler finde ich die, ähm, und es wird ja auch gemunkelt, dass wohl, äh, man ein großes Interesse daran hat oder Rudi Völler da irgendwie, ähm, ein Wort einlegen will, dass, äh, sowohl Wolf als auch Sandro Wagner irgendwie dann im Trainerstab bleiben sollten, egal wer da jetzt dann als Neues kommt, ähm, wobei so ein Julian Nagelsmann da sicherlich eigene Ideen hat, aber wohl, die haben ja schon mal zusammen da bei Bayern München, naja, ist ja auch egal, ähm, wie das aber zustande kommt, Digga, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, aber ich fand's, fand's richtig cool, ich fand's ein richtig gutes Spiel, ähm, fand auch gut, wie, wie Spieler und Trainer und alle danach damit umgegangen sind, wie wir das eingeordnet haben und so, ähm, hat aber, gerade mit Hinblick auf die EM nächstes Jahr im Sommer, sicherlich der Fansäle mal gut getan, ich will es nicht sagen, eine Euphorie ausgelöst, aber schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, so, ähm, letzte Woche hatte ich auch Spaß gesagt, Rudi muss das machen, wenn ich mir jetzt, eine Woche später einen aussuchen könnte, würde ich sagen, lass genau die drei, die das jetzt gegen Frankreich haben, lass genau die da, bis zur EM, danach holen wir dann eine richtige Lösung, einen der langfristig wirklich da was weiterentwickelt, aber jetzt für so eine Heim-EM, wäre das ehrlich gesagt meine Wunschlösung, das will er nicht, ich kann verstehen, warum, ne, der, ich weiß nicht, ob du den die zwei Tage beobachtet hast, der war konstant am Schwitzen, der hatte immer so eine hochrote Bombe und ihm lief immer hier Spaß voll. Meintest du, dann scheitert er nicht mal Zeit, sich umzuziehen zwischen den ganzen Tagen? Ja, 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 der hatte am Dienstag, am Spiel noch dann selber an, wie am Montag auf der Pressekonferenz. Dann kann ich, kann ich verstehen, warum er das mit 62 Jahren und so nicht mehr will, ne, ist, ist okay, auch wenn ich es echt schade finde, ähm, ja, und dann, äh, sieht jetzt alles wohl nach Nagelsmann aus, wobei, ähm, ich vielleicht, was ich letzte Woche so aus einer Bierlaune rausgesagt habe, vielleicht noch mal ein bisschen revidieren muss, wenn du jetzt mal überlegst, ähm, so ein, so ein, wie ist das jetzt doof zu sagen, so ein Rudi Völler hat dann wieder Erfolg reingebracht, ist, ne, ist vielleicht auch ein bisschen überzogen, aber, ähm, verunsicherte Mannschaft, irgendwie läuft alles nicht so, man ist sich selber nicht so ganz grün, ähm, vielleicht ist so ein alter, erfahrene Haudegen auch wieder gedacht, bis einschließlich, äh, Europameisterschaft nächstes Jahr im Sommer, vielleicht macht der für diesen Zeitraum dann doch noch mal einen Ticken mehr Sinn, als der Trainer, der dann langfristig irgendwie, ne, Philosophie entwickelt, eine Mannschaft entwickelt, und so weiter und so fort, und da sind wir ganz schnell bei Louis van Gaal, wo ich letzte Woche noch so, ne, aus so einer Laune rausgesagt habe, ach, der soll bei seinen Tulpen bleiben und so, je länger man über Louis van Gaal nachdenkt, umso mehr Sinn macht er eigentlich, ähm, naja, am Ende werden wir sehen, ob es jetzt Nagelsmann wird, ob es Louis van Gaal wird, ich habe da in den Rudi eigentlich ganz großes Vertrauen, dass da eine gute, eine gute Personalie kommt, werden wir sehen, Haken hinter, und rüber zu, zum Oliver Bierhoff-Nachfolger, Andreas Rittich, mein erster Gedanke war, oh, das ist aber ein unangenehmer, den im DFB, puh, hätte ich nicht gedacht, was sagst du? Äh, ich kenne ihn auch eigentlich als Funktionär davor, ne, und, aber ich weiß nicht so eine riesen Meinung zu ihm, ich finde dann doch spannender, die beiden Austritte, Austritte aus der Taskforce, die ja eben auch gegründet wurde, um die jetzt nochmal wieder ein bisschen cooler zu machen, äh, ich glaube einen meinungsstarken Typen auf der Position zu haben, ist was Gutes, und charakterstarken, ne, also ich glaube Oliver Bierhoff war ja immer so der gute Launenhonkel, wo sich die Hälfte gefragt hat, was macht der eigentlich genau beruflich, und sich diesen Posten doch auch mehr oder weniger wie selbst ausgedacht und gegeben hat, von daher bin ich gespannt, wie Rettich die dann ausfüllt, ähm, an sich, aber ich glaube Veränderung tut dem ganzen Projekt gerade ganz gut, was man ja auch nicht vergessen darf, ist, vor der letzten Heim-WM war die Stimmung doch ähnlich, oder? Also da war ja auch, äh, genau, also Bierhoff sagt mal, was macht der jetzt, Jürgen Klinsmann hatte davor, glaube ich, keiner so großartig als Trainer auf dem Schirm, der hat bis dahin Nationalmannschaft in den USA gemacht, oder war das danach? Das war, äh, ne, ich glaube davor schon. Das war davor, ne, genau, und der ist ja auch eigentlich so reingegangen, also ich habe letztens noch ein Interview gesehen, wie über die Deutschland-Nationalmannschaft 2006 gesprochen wurde, so fünf Monate vor dem Turnier, wo die Meinung war, ey, ja, hoffentlich keine Blamage, ne, und eigentlich sind wir da jetzt ja gerade wieder, und von daher, begrüße ich die Veränderung, und, ähm, glaube aber ehrlicherweise immer noch, dass Nagelsmann das, das macht. Ja, ich, ich, ich denke auch. Ich bin gespannt, ob dann, ähm, ne, eine Lösung bis zur EM, ne, weil, also ich glaube ja schon, dass er sich berechtigt Hoffnung machen kann, auf, äh, einen Posten bei irgendeinem internationalen Spitzen-Vorein, also, ne, Vereinsfußball, ähm, ob er dann sagt, ja, mach ich halt bis zur EM, wo ich, wo ich persönlich eher, aber das ist auch sehr spekulativ, der Meinung bin, da ist er vielleicht eher nicht der Typ für, ne, der steckt glaube ich schon eher auf Projekte, die so ein bisschen mittelbisslangfristig angelegt sind, ähm, aber das wird nochmal interessant zu sehen, dass wenn er kommt, ob er dann bis zur EM kommt, oder direkt so einen Drei-Jahres-Vortrag unterschreibt, ähm, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das gut machen wird, Punkt, so, also, ich glaube, da können wir, können wir einen Haken hinter machen, aber, am Ende, ne, geht es dann doch wieder um Geld, und das haben wir jetzt heute nochmal, ich weiß nicht, ob du die, äh, Vorstellungs-PK von Andreas Rettich gesehen hast, er sprach von, ähm, ja, ich, ich komme nicht mehr auf die 1-zu-1-Formulierung, aber Geld haben wir nicht, sportlich auch schwierig gerade, wird auf jeden Fall, langweilig wird mir nicht werden, aber ist halt auch eine geile Aufgabe, ähm, ja, und ich, wie du gerade gesagt hast, der DFB hat sich ja jetzt in, in den letzten zwei Jahrzehnten irgendwie nicht so dafür berühmt oder gerühmt gemacht, dass man auch mal die unangenehmen Themen anspricht, ne, und auch mal unbequem ist und die Komfortzone verlässt und, ne, dieses ganze Wohlfühle-Asen-Thema vielleicht so ein bisschen aufbricht, ähm, da hatte ich bei Andreas Rettich, auch wenn ich jetzt nicht, ich bin kein Andreas-Rettich-Experte, ne, aber wenn ich den immer wahrgenommen habe, mal so im Fernsehen, auch in seiner Rolle in der DFL und so, der war schon so ein Querulant-Typ, ne, so eine Nervensäge, Alter, ne, der so, der hast du ja jetzt gesehen, ne, der ist anscheinend auch nicht so beliebt überall, ähm, vielleicht ja aber genau das, was der DFB dann tatsächlich mal braucht, ne, weil am Ende geht es nicht darum, wie, wie sehr dich jetzt alle irgendwie in den Vereinen leiden können oder so, sondern was am Ende für ein Ergebnis bei rumkommt. Von daher finde ich das auf jeden Fall eine spannende Entscheidung, eine spannende Personalie und wie gesagt, also ich vertraue Rudi Völler da, der hat halt einfach so ein Gespür, was der halt hat und das haben andere nicht. So, ist schwer ein Wort da auszudrücken, aber der Meinung bin ich halt. Ähm, ja, und dann haben Minzlaff und Rummenigge die Taskforce verlassen, ähm, klärt sich jetzt heute im Laufe des Tages wohl mehr und mehr auf, irgendwie waren sie ja der Meinung, ähm, dass sie da, äh, hätten mitreden sollen oder mitentscheiden sollen, ja sogar, bei dieser Personalie und da gar nicht involviert waren und auch auf diesen DFB-Bundestagen da irgendwie nie so wirklich, äh, stimmen, äh, berechtigt waren. Jetzt hat Bernd Neuendorfer heute im Rahmen der Pressekonferenz nochmal irgendwie so ein altes Dokument vorgebracht, wo halt nochmal ganz klar definiert war, als die Taskforce gegründet wurde, dass die Taskforce ein beratendes Gremium sein soll, ne, also, ich rufe dich an und frage dich um deinen Rat, aber wenn ich nicht anrufe, dann interessiert mich dein Rat halt gerade mal nicht, denn mit anderen Worten, ähm, Rummenigge hat mittlerweile auch so ein Statement veröffentlichen lassen, wo das auch alles so ein bisschen relativiert und sagt, nee, Andreas Rettig, wir haben jetzt nochmal telefoniert und so und das ist schon eine gute Wahl, bliblablub, alles ein bisschen doof gelaufen, ähm, von daher, ja, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen schnell geschossen, sollte ja schon, wenn man so eine Taskforce gründet und da Leute reinholt, dann sollte ja schon allen Beteiligten irgendwie klar sein, was deine Aufgabe ist, wo dein Kompetenzenbereich liegt und wo nicht, ne, das ist dann auch wieder so ein bisschen Augenrollen DFB, aber, ja, was soll ich dir sagen, viel wichtiger wird die EM nächstes Jahr im Sommer und müssen wir mal schauen, dass sie da jetzt die, die Weichen stellen. Ja, so ein bisschen Hoffnung, dass man sich mit Nagelsmann, die nächste Länderspielpause ist schon in ein paar Wochen, dass man sich bis Nagelsmann, mit Nagelsmann bis dahin noch nicht einigen kann, Rudi nochmal einspringen muss für zwei Spiele, zwei große Siege einfährt und dann, und dann kommt er nicht mehr raus. Und dann einfach aus der Nummer nicht mehr rauskommt, ne. Ja, wäre schon, wäre schon geil, Rudi ist halt geil, ich war einer der Helden meiner Kindheit, ne, so von daher, mich, meine, mein Herz würde es damit gewinnen, ne. Ja, also ich muss auch dazu sagen, wenn ich auch überlege, so, was ist denn, Louis von Rahl wäre noch im Gespräch, ne, oder wäre so ein Kandidat. An sich waren auch deutscher Nationaltrainer bisher immer so alte deutsche Fußball-Veteranen, auch die ganzen Assistenztrainer durch, ne. Also es gibt ja noch gar nicht so viele Nationaltrainer. Ja, aber Klinsmann, Flick und so, die Ära, ne, ne, das waren schon, also nicht so ganz jung wie Nagelsmann, Nagelsmann ist aber die krasse Ausnahme, der ist immer noch nicht 40, so, weißt du, und hat schon 100 Jahre trainiert, hat dann beim Bayern München und wohne ja alles, so, aber Löw, als der damals kam, das war schon ein frischer, junger Trainer, ne. Und Van Rahl, ja, Schweinsteiger hat auch gesagt, ne, also wenn er entscheiden würde, würde er auch Van Rahl nehmen und der ist lange unter dem, trainiert, also der wird schon mal richtig machen. Ungewohnt, weil er der erste nicht-deutsche Bundestrainer, aber auch da musst du dich ja mal, also deutsch, 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 deutsch ist halt wichtig aus meiner Sicht, das haben sie ja auch gesagt, also der muss auf jeden Fall deutsch sprechen können und das halte ich auch für sinnig, ähm, der Tutor, von daher, der Tulpengeneral, der Firebeast. Ja, die schöne Ansprache da, ne. Alle Frauen von München sind auch deutsche Meister, von ganz der Welt. Das sind doch schöne Schlussworte für diese Folge Quick and Dirty. Soll ich dir was sagen, Pillow? War gar nicht so quick. Ne, ne? Ne, im guten Sinne, aber im guten Sinne ist ja was Schönes. Freuen sich alle Beteiligten. 15 Minuten, krass. Ja. Ja, das weißt du, für mich kommt da trotzdem noch Quick and Dirty vor, weil seitdem wir hier jede Woche Gäste haben, so das ist immer Minimum eine Stunde, 20 Minuten. Blockbuster, ja. Oh, und im Oktober haben wir auf jeden Fall einen absoluten Hochkaräter. Schon wieder im Oktober war es, ne? Ich will jetzt den Namen noch nie aussprechen, aber ja, wird hier jedem, der regelmäßig Sportfernsehen schaut, ein Begriff sein, freue ich mich sehr drauf. Wird aber nicht der einzige Hochkaräter bleiben, von daher bleibt spannend, die Staffel. Absolut, ich würde sagen, bisher sind die Folgen ohne Gast seltener als die Folgen mit Gast, aber nichtsdestotrotz passieren Folgen wie heute, wo wir alle mal unterwegs sind, du hast noch Urlaub geplant, ich habe noch Urlaub geplant, aber deswegen auch die Intro am Anfang, deswegen machen wir das Ganze hier ja zu dritt, um die Kapazitäten zu haben, das aufzufangen. Aber, ja, gib uns mal Feedback und Sach. Hast du ganz kurz noch, hast du den Spielplan von Du hast gerade gesagt, das dritte Spiel jetzt von Schalke ist härter, hast du ein Datum dazu? Normal, warte kurz, das kriegen wir noch schnell wieder geöffnet, müsste dann ja nach der Länderspielpause sein, wenn ich mich nicht täusche. Ist nicht noch das Spiel, ist halt nicht noch das vor der, vor der Pause? Warte, 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 ich check schnell, ich check schnell, eigentlich denke ich gerade immer in Wochenenden. Auf Schalke, das ist ein Heimspiel? Nee, ist dann, nee, du hast recht, also wir haben jetzt, genau, also 8. Oktober Heimspiel, Sonntag, 13.30. Nicht so ganz sexy, aber vielleicht hast du da dann Zeit. Ja, dann schaue ich doch mal, dass ich für, entweder die Folge vor dem Spiel oder den Montag nach dem Spiel, ähm, Harris, seines Zeichens Vollblut, Herr Tana, DJ bin ich nicht, Onkel Harry, dass ich den mal reinhole, ich hatte ihn schon mal angeflunkt und er hat sich nicht abgenaucht gezeigt, dann muss ich nochmal in die Akquise gehen, das wird lustig, kann ich dir jetzt schon versprechen. Ansonsten, ja, wenn ich du wäre, würde ich da aber auch versuchen, zu dem Spiel zu gehen, weil ich glaube, Hannover kommt noch, sonst hast du noch Elversberg und Osnab, und führt in diesem Jahr alle ein bisschen, bei einem Respekt, kleiner. vor allem dann im November irgendwann nochmal im Urlaub. Ja, das hört sich ehrlich gesagt nach dem Plan an, gegen Hertha mal entscheiden zu gehen. Und so treffen wir hier strategische Entscheidungen, um diesen Podcast weiter wachsen zu lassen. Ihr seid live dabei und wir hören uns in einer Woche wieder. Peace. Ciao, ciao.